Ich benutze WhatsApp nicht mehr, mir ist der Datenschutz da einfach zu schlecht. Jetzt geht's weiter mit Signal. Diese oder andere Sätze kennt ihr bestimmt aus eurem Freundeskreis. Viele haben in den letzten Tagen und Wochen WhatsApp abgeschworen und sind zu anderen Messenger-Diensten gewechselt. Doch sind sie das wirklich oder sind das leere Lippenbekenntnisse? Wir haben mal näher nachgeforscht und gesehen, dass der gesamte Skandal rund um WhatsApp, Facebook sogar geholfen haben könnte. Warum das so ist und wie viele Menschen jetzt wirklich gewechselt sind, seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und ja, wenn ich so die Messages meiner Freunde mal auswerten wollte der letzten Wochen und Monate, dann dürfte eigentlich keiner mehr bei WhatsApp zu finden sein. Da gab es also die wildesten Dinge raus zu Signal, zu Threema und wen es da nicht sonst noch alles gibt. Es sollte einfach gewechselt werden. Und die Wahrheit sieht aber ein bisschen anders aus. Kaum Verluste auf Seiten von WhatsApp und sie haben von der Abwanderung der Nutzer sogar noch profitiert. Und warum haben die profitiert? Naja, warum? Weil nämlich, da möchte ich direkt dazu eingehen, die meisten, die gewechselt sind, sind gewechselt zum Facebook Messenger. Das ist jetzt gelinde gesagt ein bisschen irre, Leute, aber das haben Auswertungen ergeben. Das heißt, diejenigen, ich sage euch gleich, wie viele überhaupt gewechselt sind, aber die, die gewechselt sind, haben gesagt, ich nutze kein WhatsApp mehr, ich nutze jetzt nur noch den Facebook Messenger. Das Irre an der Geschichte ist ja, die Kritik lautete ja, WhatsApp würde Daten an Facebook weitergeben. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass die, die WhatsApp verlassen haben, dann in Richtung Facebook gewandert sind. Denn Facebook, da erinnert ihr euch sicherlich auch noch dran, hat gerade kürzlich eine halbe Milliarde Nutzerdaten verloren, beziehungsweise Daten von Facebook-Nutzern sind im Internet aufgetaucht. Und das ist ein riesiges Datenleck. Wir vertreten ja aktuell 2000 Menschen gegen Facebook. Unten in der Caption könnt ihr auch sehen, wie ihr euch absichern könnt und wie ihr euch der ganzen Klage gegen Facebook noch anschließen könnt. 500 Euro versuchen wir für jeden von euch von Facebook wegen des Datenlecks rauszuholen. Unten in der Caption seht ihr, wie ihr checken könnt, ob ihr betroffen seid. Aber jetzt das, die Leute wechseln von WhatsApp zu Facebook, konnte ich ehrlicherweise kaum glauben. Schauen wir uns die Zahlen doch mal ganz genau im Detail an. Tatsächlich gelöscht haben nur 3% der Nutzer den Messenger-Dienst WhatsApp. Das hat die Deutsche Presseagentur herausgefunden. Die haben nämlich eine Umfrage gemacht und mal checken lassen, ob wirklich Millionen Nutzer WhatsApp gekündigt haben. Nix da. 13% hatten angekündigt, dass sie WhatsApp löschen wollen und 3% haben es dann offenbar auch in die Tat umgesetzt. Was allerdings kurios ist, fast die Hälfte der Befragten sagte, sie hätte bei WhatsApp kein gutes Gefühl mit dem Datenschutz. Allerdings muss man sagen, die Treue und die Connection zu den Liebsten ist den meisten dann doch wichtiger als der Datenschutz. Hier gilt das Prinzip, the winner takes it all. Die meisten sind einfach bei WhatsApp. 74% der Befragten sagten, ich bin da geblieben, weil alle anderen auch da sind. Und 26% sagten, mir ist die Kritik egal. Und was ich auch interessant fand, 14% hatten die Diskussion nicht mitbekommen. Das ist auch wieder zum Schmunzeln gewesen. Die wussten überhaupt nicht, dass da ein Datenschutzproblem bei WhatsApp gab und dass es um die Nutzungsbedingungen große Diskussionen gab. Also das sind jedenfalls keine Abonnenten von diesem Kanal. Wenn ihr es jetzt erfahren habt, lasst ein Abo da. Ich habe es euch schon gesagt in der Vergangenheit. Naja, 21% der Befragten sagten, das ist uns alles zu umständlich. Der ganze Plattformwechsel ist uns zu umständlich. Kann ich auch wieder nachvollziehen. Die sagen, ach ja, löschen, alle Freunde neu hinzufügen. Das ist schon wirklich kurios. Und das absolute Kuriose, mich hat es gerade schon gesagt, ist einfach, dass die alle zum Facebook Messenger gewechselt sind. Also sie wechseln, weil WhatsApp ihre Daten an Facebook gibt und wechseln dann einfach direkt zu Facebook. Muss ich sagen, das ist recht inkonsequent. Und vielleicht mit Unwissenheit begründet bei der Komplexität des ganzen Themas und den ganzen Messenger-Diensten kann so ein Kanal wie dieser hier nicht gut tun, nicht schlecht tun, um mal darüber aufzuklären. Leute, wenn ihr von WhatsApp zu Facebook wechselt, hat das jetzt keine Vorteile. Facebook ist damit der wahre Gewinner der ganzen Aktionen. Naja, ehrlicherweise. Die haben schon einen Katschen abbekommen. Der Ruf ist da ein wenig angeschlagen. Aber ihr seht, so richtig, die drei Prozentchen werden die auch noch verschmerzen können. So richtig schlimm war es da dann auch nicht. Was kann man tun, wenn man sich wirklich von Facebook und WhatsApp lösen will? Man müsste sich wirkliche Alternativen lösen. Signal mit 27 Prozent, sagten die Abwanderer, also die, die abgewandert sind. Die sind zu Signal gewechselt. Die Technologie hätte eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wäre nur für Teilnehmer sichtbar, klar. Aber da muss man sagen, ob Signal besser ist, kann man dann auch anzweifeln. Ich mache bald ein Video dazu, in dem ich die ganzen einzelnen Messenger-Dienste vom Datenschutz her vergleiche. Denn eins muss man auch sagen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat WhatsApp auch. Also insofern, das ist jetzt noch nicht der große Unterschied. Threema, Telegram, alle anderen werde ich mir auch angucken. Wir sind da dran. Ist ein bisschen aufwendiger, aber wer das sehen will, sollte dann hier nochmal einschalten, wenn wir da mitkommen und die einzelnen Dienste vergleichen. Könnte auch noch interessant sein. Also, Abo da lassen, falls nicht ohnehin schon geschehen. Die meisten, die hier zuschauen, haben ja sowieso schon ein Abo. Freut mich sehr. Spannend fand ich die Aktion, dass die jetzt alle zu Facebook-Messager abwandern, weil sie unzufrieden sind mit WhatsApp. Ist schon fast ein kleines Kuriosum. Ja, wer wissen will, aber vom Facebook-Daten-Lag betroffen ist, unten in die Caption klicken. Da führen wir euch hin und ihr könnt uns dann eben beauftragen damit, falls ihr gegen Facebook vorgehen wollt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Ansonsten bleibt mir nur zu wünschen. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.